Servus Leute, heute zu einem etwas größeren Unboxing. Ich habe hier einmal für euch den offiziellen Torfabrik Matchball und einmal den Torfabrik Winter Matchball. Ich wünsche euch viel Spaß beim Unboxing. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020